eine frühschicht beginnt serie a müllwagen und damit herzlich willkommen zurück zu gta online mit der weiteren nächsten vorbereitung so wir müssen die alle gleichen punkt hier ja müllsamler sehr gute bezahlte jobs du kannst du dich die dicken karriere leisten ja wie du fährst du willst aber auch alles mit ich weiß was ich weiß dass du dich anders fahren kannst pack deine pakete wieder ein mit absich so ich habe kein leben mehr neben uns ist nochmann oder wach mal mehr die müssen die alle zusammen fahren jetzt so stark hinten auf den tor master so oft gibt es ich habe kein leben kann einer von euch muss jetzt fahren wenn er war nester oder hardy ich bin auf dem weg so warte mal das andere das hier hier wo wir schon drauf sitzen wir fahren hier mit einem es geht aber erst auf dem zweiten punkt hier passiert wir haben nur ein zeit limit der ist einfach mal kurz überfahren worden damit hätte ich ja außer säcke zu fassen ok abflug nächster punkt leute kann ich irgendwie im auto meine waffe wechselt das aufwand ist ja spielen weil es da du lässt uns jetzt erst mal raus und fährst dann den müllwagen rückwärts da so weit wie möglich rein jetzt einfach rückwärts reinfahren so dass wir müssen geschützt sind so hardy brauchen ich jetzt auch ein bisschen als rückwärts geschützt weil das davon ist ja stopp was stopp 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 wir haben bei dir so ein und ich ja 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 stehen in die richtung los leute steigt ein ok muss auch erst drin alle waren ins auto und nächster punkt wir spielen das gleiche spielchen jetzt auch bei dem nächsten punkt wieder also quasi und runter lassen damit wir vorrennen können und danach quasi das auto wieder rückwärts reinfahren ich glaube die tankstelle kommt als letztes oder wenn ich das richtig beschirm ab keine ahnung müsste eigentlich man das auch gerade aus und dann links genau der untere wir haben nämlich ein zeitlimmer der weg links ist ein bisschen länger er ist jetzt hier einfacher genau jetzt kommt hier die und dann kommt die tankstelle glaube ich soll ich wieder säckern sammeln soll ich wieder säckern sammeln und dann kümmert sich um die feinde wo ist der müllwagen sagt man es weiter geht ich kann ja wir brauchen unterstützen ich mache dings und zusammen autos ja ja da ist der müllsack ich werde angeschossen hier stopp 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 von hinten wird euch geschossen ich werde auch angeschossen vorne müsste auch ein auto sein bei euch irgendwo hat auch einer von euch einen müllsack stücke vorfahren wo ist denn der müllsack also ja es wird auch einer aber der ist grün angezeigt aber ich weiß nicht wo der sein könnte aber hier okay wir haben wir haben abflug und dann schön leute bisher läuft die nächste ist die dankstelle ich wusste nicht ob der zweite soll als drittes kommt das ist für das ja 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 alles gut ist der vierte punkt der ersten punkt den sehe ich nicht als richtig als punkt weil ich sehe eigentlich nur die mit den feinden aber wir haben das recht ist der vierte punkt das könnte auch bis auch der letzte sein was ist mit der tankstelle auf dann wollen wir nicht zu nah ran weil wenn die wirklich darauf schießt mal kommt bei dem feine ohne ende alle ich muss viel zu weit draußen Leute, ich brauche Unterstützung. Los Leute, steigt wieder ein. Okay. Da fehlt einer. Einfach weg. Ne, ne, da fehlt einer. Abflug, jawoll. Und jetzt ab zum Lagerhaus. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh, das ist nicht so gut. rechts 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 genau meinst längst recht der weg von beiden es waren zwei wege also der rechte weg davon geil leute wir haben beim ersten mal geschafft die kann sehr nervig werden die mission gerade wenn sie mehrmals spielen muss zwar aber gut gemacht war super gut koordiniert und super gut durchgezogen wenn ich jetzt kein platin kriege dann tötet euch alle gleich du kriegst punkte und das ist so oft bist du das game verlässt ich sehe mich ganz gut und verdient die posten wechseln sonst haupt doch erstmal wir haben es geschafft das ist das war das allerwichtigste aber die vorbereitung nämlich auch abgeschlossen dann kann man nämlich weitermachen ich weiß gar nicht was das nächstes kommt kommt schon die bikes jetzt kommen die links die ich habe die lieferwagen eine schleich mission einer von euch ist bei mir ich bin alleine ich kann keiner weg springen ich bin auch alleine ja schade gut dann müssen wir auf die immer noch warten und dann geht es beim nächsten mal weiter